Wie lang sind die hier ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So wie Sie sehen, nachdem der Angriff sich dann zur Wohnung verschafft hat, betreten diese die Wohnung hier hinten im rückwärtigen Raum, steht ein Sicherungsdruck noch zur Verfügung, falls den Kameraden etwas zustoßen oder passieren sollte, damit dieser dann auch direkt eingreifen kann.